Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf dem AutoCraft Server. Und heute wollte ich einfach mal Aura PE spielen. In der Hoffnung es funktioniert. Jump League hat ja letztes Mal recht gut funktioniert. Ich war nur ein bisschen zu blöd. Gehen wir mal hier rein. In 30 Sekunden geht es los. Sehr schön. Ich weiß nicht, erkenne ich hier irgendwen wieder? Nö. Wahrscheinlich können sie mich alle nicht. Hm. So. Hä? Er hat Fly Egg auch sehr schön. Sowas liebe ich ja. So, in 10 Sekunden geht es los. Ura. Ach ja, das ist ja alles... Ne. Ne. Achso, stimmt ja. So, es gibt nämlich eine Art Ender Perlen. Warum habe ich meinen Stock nicht? Ich depp... Oh, das packt. Ich kann meinen Einsatz nicht wechseln. Ich habe meinen Stock nicht. Da. Überhaupt nicht ausgerüstet hier, ey. Wichtiges Opfer. Nein. Oh, ich bin echt zu dumm. So, jetzt aber. Oh, ey. Seht ihr unten in der Leiste? Das wechselt die ganze Zeit. Das nervt. Huch. Flieg weg. Flieg weg. Okay. Nehmen wir Goldapfel. Und wir auch ein bisschen sicherer sind. Oh Gott. Hallo, Items. Es ist nicht immer von Vorteil mit Controller zu spielen, merke ich gerade. Huch. Was meint ihr hier? Komm. Ne. Hm. Ja genau. Aber die Stöcke sind nicht verzaubert. So ein Rückstoß wäre natürlich genial. Ach ne, das geht ja gar nicht. PX. Ja, ja. Schubs mich. Ja komm. Trau dich doch. Oh, da fliegt einer. Ob er es noch schafft? Na. Was? Fack. 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 Hm? Wer denn hin? Du stehst hier echt gut. Ich klop auf dich ein. Ist mir egal. Ich klop auf dich ein, Speedy. Oh. Alter. Puh. Wie war das denn weggeflogen? Hab ich ihn mitgetötet? Eigentlich schon. Wider Meinung. Alter, was habt ihr denn zu... Was fliegt denn alles so weg? Nicht Appount. Feigling. Na, na, na. Item. 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 Hallo. So, Kompass nach da. Wie lange ist er da? Irgendwo? Sag mir nicht, dass ich doch mal auf dem Baum verzwiebeld. Hä? Wo ist er? Hä? Wo ist der Kerl? Moment. Oh, kurz hoch da. Ah, da hinten. Flieg. Oh, fuck. Alter. Der hat fast einen Abgang gemacht. Shit. Ich stehe hier echt kacke. Nein. Fuck. Oh, war das ärgerlich. War das ärgerlich. War aber recht cool. Ich würde sagen, da hängt noch mal eine Runde dran. Wäre leider relativ schnell jetzt vorbei, aber trotzdem. So, mal gucken. Wo ist denn ein bisschen was los? Okay, gehen wir hier rein. 30 Sekunden. Bin ich jetzt in Jump League gegangen? Ne, Aura PE. Gut, bin richtig. Huch, dachte schon. Doktor Flamme. Guten Tag, Doktor Flamme. Huch. Ah, ach, ich bin da oben. Super, du hast es geschafft, ach toll. Ah, Toll. Ah. Oh. Schutzzeit, Schutzzeit. Oh, ich muss irgendwo hinstellen, wo ich nicht gleich weggeschossen werde. Ach, ich hab eben... Ach, okay. Eben hatte ich ja nicht die ganzen Sachen direkt im Inventar. Jetzt komischerweise schon. Ja, ja, ich geh mal auf den Keks. Was machst du denn hier? Komm her! Nein, 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 nein! Alter, manches Spam, aber auch die Dinger. Erstmal kurz hin. Ich für den Affel, ich für den Affel, ich für Affel, Affel, Affel. Boah, Mann! Nerv nicht. Ein Affel reicht auch. Mann! Doktor Flamme, lassen Sie mich in Ruhe! Lassen Sie mich in Ruhe! Huch! Boah! Nein, ich packe! Oh, fuck! Nein, 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 nein! Wo bin ich denn? Hä? Ähm... Ja gut. Wo bin ich denn gelandet? Shit. Kann ich jetzt irgendwie rauskommen? Ähm... Können auch keine Hohlräume hier machen. Können ich dafür was abbauen, wenigstens? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht. Oh, ätzend! Ja, komm! Oh, mach das ja heile! So, jetzt aber! Wo ging der hin? Alter, wie ätzend! Oh, sind das... Die teamen doch die beiden! Komm her! Oh, ich bin... Ich muss meine Steuerung immer noch schneller machen, dass ich mich schneller drehe. Das ist viel zu langsam. Wird das nie was! Jawoll! Komm, flieg runter, flieg runter, flieg runter, flieg runter! Jawoll! Ich hab ihn! Oh, wo hab ich meinen Namen freigeschrieben? Ist ich dumm? Egal! So! Wo ist der letzte? Da hinten! Ist einer! Auch nicht abhauen! Ja, tut dir doch selber weh! Huch! Wo ging der hin? Oh, ich find das richtig geil, dass die Enderpeeren so gesehen gemacht haben. Aus die Stippeln! Huch! Komm her! Komm her! Ja, das ist doch klar mit dem... Du musst mich nicht locken! Huch! Nicht abhauen! Wo drehe ich mich denn automatisch? Nein, 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 nein! Mein Controller hat sich wieder abgestöpselt! Sehr schön! Das war nix! Das war definitiv nix! Egal! Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich mich mal wieder drum angestellt habe. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Mach ich gut!